3, 2, 1, 0. Das ist sie, die neue Willkommstasche für die neuen TU-Studentinnen in Harburg. Wie wird die Tasche denn angenommen? Ja, sehr gut. Wir wurden heute Morgen hier auf dem Sand fast überrannt. Die wurden uns aus Händen gerissen. Man sieht mittlerweile auf dem Campus fünf Taschen. Also man kann schon fast nachvollziehen, wer sich in welchem Semester befindet. Und die Tasche hat schon richtig Kultstatus erreicht.